Und da sind wir nun zum neunem Part Let's Adventure Immer noch an Herobrine's Mansion und es geht nun an Quest 4 Find a way to stop Herobrine if he managed to bring a wither to our world We are doomed and chaos and destruction To chaos and destruction Do not fail, kill Herobrine Es geht nun an die Gurke Es geht dann ja noch weiter Ja, und nach dieser Map würde eigentlich noch Herobrine's Return kommen, aber das habe ich schon gespielt Also, woher Herobrine nochmal? Ach ja, hier Ähm, äh Ich würde mich einfach drücken, dann wären wir alle drei teleportieren Ja, mach mal Ähm, gegen Herobrine wäre ich mit mein Englisch-Schwert angreifen Status Speeds and Res-Re-Re-Re-Report Oh, er hat mehr Hecker-Potient Ah ja, dann ist er schon da Hallo, dein Satz We will not let you bring a wither to his world I think I... You... Uhhhh Uhhhh Oh 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 Wie klischeehaft er hat ne Angst Wie klischeehaft Meine Magik ist stärker. Okay. Ich bin grad irgendwie nach oben teleportiert worden. Wo bist du Gott? Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Herobrine mit einer Axt. Wie klischeehaft. Und da bin ich nun auch schon tall bei Herobrine. Nein, zumindest wissen wir jetzt, wer Herobrine ist. Und ich bin hier schon wieder in seinem Feld gesperrt. Ich kümmere mich um Skelett. Wie ist er irgendwie abartig viel aushält und einen Knockback bringt? Sag, das war Herobrine! Der ist der Boss. Muss eben sein. Du bist mal jetzt hier unten. Ich bin ne. Ich kümmere mich um die Spinn. Ich dachte, ich wäre tot. You're now alive, man. Er hat sich wiederbelebt, ne? Like a Herobrine. Ich spare mir mein, ähm, ähm, mein Dämonenschwert doch auf. Für was denn? Ja, für den letzten Kampf. Oh nein, die Hexe lebt! Die Hexe! Ah! Oh, ich, nee, ich wach schon wieder rum. Dachte ich wahr sein. Äh, nein! Äh, nein! Äh, das so. Im Strahl wird man festgehalten von dem. Das gehört schon dazu. Und die Hexe erstmal kümmern, oder? Weil hier, hierbei kann man sowieso noch nichts anhaben. Oh, ist Hexe. Wie viel Schaden macht der? Nein! His magic is stronger than our wheel. No! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was ist der? Ja, hier vorne. Hippity hop, mein Händchen. Mein Hexer. Äh, tot. Oh, Hebra ist schon tot. Was, einfach? Hätte er ne, hätte, hätte er ne, nein. Er hat ja schon alle beschwört, oder? Also, jetzt kommt er mir besser. Müsste. Oder ist, ist gerade was passiert? Hast du eine Diss bekommen? Äh, oh ja. Hippity hop, meine Händchen. Hey, ich hätt sogar seine Axt bekommen. Ach so. Oh Gott. Oh Gott. Gib mir, gib mir die Axt wieder. Mal gucken, was da drin ist. Ah, es ist, ist nicht so besonders. Es ist genau so stark wie ein Dämonenschwert. Auch wenn du okay, ein bisschen stärker. Los, ähm, äh, leg die Diss ein. Herobrine Madness Returns. Äh, was? Herobrine, I'll avenge your death and bring chaos to that world. Herobrine really did someone with her. We have to kill him, before he can travel through the portal. River? Wo? Oh, da hinten. Ich, 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 ich lese nochmal die dritte. Ah, es ist ein Victor. Hey, we are here. Maybe you should get some upgrades and potions before answering the scary place. Wie sind die hingekommen? Ja. Äh. Es gibt eine, eine River-Strategie. Hier, komm her. Und, und hier ist ein Victor und so, ne? Irgendwie, keine Ahnung, wie hier. Wie, wie viel Rottenflash brauchst du? Ich geb dir mal von alles. Und Knochen. Knochen, ja gib mir Knochen. Und hier Rottenflash. Und jetzt tauschen wir alles ein. Okay, der ist ja gar nicht dran. Und gib mir dann auch mal einige ab, ne? Ich hab, hab nur noch. Okay, ich hab. So, ähm, eine River-Strategie. Soll ich die schon mal vorlesen? Oder, ne, ich lese erstmal Quest 5. Kill a River. Warning. The boss fight is required to coordinate and skills. Make sure you are well prepared. You can always leave the fight and put it on hold. This guide contains spoilers. It is meant to help people defeat the River in the proper way. Ich hab mir die Strategie hier lesen und noch nicht beim ersten Mal durch, oder? Ich hab dich schon gerade kurz angeguckt. Ich hab mir die Strategie noch nicht durchgelesen. Aber es sollte uns auch nicht daran hindern. Ähm, mein Burgen. Äh, ich hab mich auch vergessen, sie einen Bertha-Kantrag zu geben. Ja, okay. Oh, da vorne ist er. Und Skelette. Was ist das denn für ne Musik hier? Friends, I can craft you powerful bow. Bring me crystal anger from the skeletons. Äh, wir müssen, wir müssen, wie Viktor Sachen bringt. Crystal anger. Ich weiß auch, was das ist. Äh, das sind, äh... Äh, wie heißt der Mann? Kohle? Nein. Nein, da sind diese Tränen. Achso, okay. Crystal anger. Ein Haltrang. Holy Water. Ähm, es spawnen immer wieder items, ne? Musst auf die Laps-Lazuli, ähm, vielleicht nicht achten. Äh, ich bin tot. So, ähm, wo ist Viktor denn? Wo ist Viktor? Ich muss ihm ein paar Tränen geben. Was ist da hinten, Viktor? Nur so ne Frage, wo ist Viktor, also da. Aber wir dürfen nicht vergessen. Aber das ist echt emotion. Achtung. Ich bin angegriffen. Wie viel Enger hast du? Zwei. Ich habe fünf. Jetzt, jetzt habe ich sechs. Hier hat zehn. Oh, hier hat zehn. Addition. Und wie immer, hier bei Hypixel geht es natürlich hier auch wieder darum, dass man irgendeine spezielle Waffe verwenden muss. Wow. Der Apfel ist OP. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, dass der... Ich habe, ich habe, ich habe Level 30. Hahaha. Bei Wither. Ich habe sechs Tränen und du kannst ja gleich mal gucken, wenn du tot bist. Als würdest du es prophezeien oder so. Wie viele Tränen hast du? Sechs. Ähm, ja, los. Ähm, die... Die gibt mir eben alle. Danke Das war übersehen Was ich dir auch machen kann, das wäre im Steuerraum Q, ne? Damit lässt du alles weg Ich hab 8 Tränen Wow, ich wirf mein Halsrang auf die Ich hab nur noch 5 Tränen Ich hab 10 Ich hol den Bogen, ich hol den Bogen, ich hol den Bogen Hab den Bogen Willst du ihn gleich haben, den Bogen? Ich kann Sachen tauschen da Ja, hier, wo ist es so? Wollen wir einen Cut machen erst? Ja, und dann kurz bevor es hier jetzt entscheidend wird Obwohl, ne, brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Wir werden es schaffen Es ist ein Kampf Der unser Leben entscheidet wird Philipp wurde durch den Bogen Hey, los, ähm, wir treffen uns hier am Spawn Komm zurück, komm zurück Hier, Heaven's Bow Hier Du bist, du bist ein guter Bogenschützer, oder? Du bist ein guter Bogenschützer, oder? Na ja Du bist kein Hose mehr Dann gehen wir zurück in den K- In normale Welt und pausieren den Kampf Wir zurück So, weiter Es muss weitergehen, du musst ihn abballern Okay, wenn du mich suchst, ich bin jetzt mal weg Achso Oh! Hätte ich mehr denken können. Du hast Pfeile dabei, oder? Warte, ich hab noch eine. Warte, ich hab noch eine. Komm mal zurück. Ah, toll. Guck sie genau an. So, habs jetzt an. Ich denke, ich finde, dass Dämonic irgendwie besser ist als Shadow. Heiltränke muss... Ah, Mann! Warum sind die so stark? Okay... Boah, ne, die Skelette sind zu stark. Boah, ne Heiltränke. Heiltränke hab ich leider nicht. Keine mehr. Ich war ziemlich eben kurz noch zum Spawn. Verluft warst du hier. Dann nehm ich mal die River-Strategie durch. Alles zum nächsten Part. Und dann halt. Bis dahin. Ciao. 족ine. Dämonitor. Schöne. Ich weiß, was noch alles selbst wäre, Ich werde mich noch nicht. Und ich weiß, was noch ne denn?